Wir haben gerade eine dicke Kröte entdeckt, die da drüben im Wasser hängt. Mal sehen, ob ich sie fangen kann. Ich will sie ja nicht zu sehr erschrecken, aber hoffentlich fange ich nicht ins Wasser. So, komm Grobo. Hey, die haben gerade Sex. Das ist eine weibliche Kröte, die große. Der Typ versucht, mich wegzustoßen. Er sagt, das ist meine Kröte. Der Kleine ist der Mann und der Große ist die weibliche Kröte und da ist etwas ungewöhnlich, dass der versucht, um diese Jahreszeit die Kröte zu begatten. Schau, wie er mich weggedrückt mit dem Fuß. Ich tue ihm eh nix. Gucken wir uns mal wieder ins Wasser.